Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Digimon World DS. Ja, wir haben letztes Mal Platinum Sucamon besiegt und, ähm, ja, ähm, können jetzt in den nächsten Dungeon, ich sagte stark, mein Gott, es läuft immer noch so langsam, also ich kann jetzt nichts dagegen tun, dass es schneller laufen soll oder so. Ich hab ein bisschen rumgetestet, aber, ich hab keinen Knopf, der es hier irgendwie verschnellern würde, und deswegen dauert es hier auch so, juhu. Ähm, ja, hmm, Raymon ist auf Level 18, hat überhaupt Sachen ausgerüstet, das würde mich jetzt interessieren. Ja, und er hat natürlich keine Sachen ausgerüstet. Novize, wir geben ihm natürlich das scharfe Schwert ausrüsten. Ähm, nein, ich wollte ja hier schauen, bei Schilde, Feuerrobe. Ähm, ja, ich schau jetzt aber sowieso nochmal, ähm, mit Ausrüstung, ob ich da jetzt irgendwie was anderes find, halt, bessere Sachen und alles. Ähm, ja, und wir schauen mal, dann, ja, ich werde dann jetzt nochmal schauen, ob ich irgendwelche Aufgaben hab, auf der Didi Farm, ja, wieder Aufgaben. Aber, als falsche Richtung. Zuerst will ich in den Itemshop, um mir neue Sachen zu kaufen. Ja, da, da könnt ihr es jetzt sehen, äh, dings, Monzaemon ist nicht mehr da, es taucht nur für diese eine einzige Quest auf, und dann ist es wieder weg. Was ich eigentlich, naja, sagen wir mal, schade finde. Ich brauch das Equipment. Zum Equipment Shop. Was würde ich gerne haben? Ich glaube, ich kann mir aber nichts besseres kaufen für Greymon oder so. Ja, kaufen. Ich, ich meine immer noch kaufen. Meine Güte. Hm, 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 Bronzeschwert. Dullschwert. Scharpschwert. Lumbrax. Beast. Level 1 Beast. Level 20er. Für Wasser. Beast. Wiesdrafen. Für Level 1er. Für Level 20er. Nein. Vogel hab ich sowieso keinen. Insekten hab ich auch keine. Maschinen hab ich auch keine. Ich will jetzt erstmal schauen, ob ich hier was besseres finde. Achso, Darkness, okay. Ich dachte, das ist ja jetzt, was für Drachen, aber naja. Hab ich beides nicht. Ich hab keine Heiligen oder ähm, ja. Oder äh, Dunkelheit. Ja, verkaufen. Ähm, ja. Hm, Dullschwert. Hm, hm, hm. Nein, das lasse ich nochmal drin. Das kann ich raus tun. 290, okay. Das kann ich jetzt auch raus tun. Ich kann aber noch was für Siedermann kaufen. Äh, ja. Juhu, und wieder schön runter. Biest, Biest. Wasser. Hm. Meine Güte. Muss ich wahrscheinlich im anderen Shop kaufen. Nicht bei Wizardmon, sondern bei einem anderen Itemshop. Zweitens, da hinten. Aber zuerst will ich hier rein. Mir noch ein paar Heilungen kaufen und MP-Wiederherstellungen. Ähm, ja. Ich will kaufen. Chip S, Chip D, Chip S. HP ROM, HP ROM S. Ja, kaufen. Hm, 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 hm. Nein. Ich glaube, ich kaufe doch erstmal lieber nur die, ja, hm, ich will mehr wie einen. 30, ja. Passen. Jetzt will ich nochmal MP-Chip S. 30. 40. Naja, 40. Und ich kaufe halt nochmal ein paar. Happy. Hey. Ja. Okay. Mehr geht nicht, okay. 66, aber das passt, ja. Hm. Hm, ja. Ähm. Hm, 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 hm. Habe ich das Schulldest da oben? Ja, okay, habe ich. Schade, dass man nicht, während man irgendwo hochklettert, wieder runterklettern kann. Also kann ich ja mal schnell hochschauen, ob ich da was habe, und dann wieder runter. Ach, ich bin immer noch Bronzer-Tamer. Schade. Hm, hm, hm. Okay. Stimmt, ja. Ich mache ja gerade die Aufgabe für Silber-Tamer. Hm, hm, hm. Ich habe mich jetzt auch mal online erkundigt, wegen Digi-Eiern. Und, äh, ja. Wie es aussieht, muss ich sie halt, halt Ding mal aufeinander stimmen, alles und so fort. Kennt, glaube ich, jeder. Immer so, zum Beispiel so in Pokémon oder den älteren Versionen von Dragon Quest Monsters. Ja, ich kenne ein paar ältere Versionen, haha. Und, ja. Da kann man, da kann man auch immer zwei Monster aufeinander stimmen. Und dann haben sie ihn eingelegt und alles und so fort. Aber ich weiß jetzt halt nicht, wie es geht, hier. Hehe. Ich weiß nur, dass es jetzt hier in diesem Raum geht, aber bei welchem von beiden weiß ich jetzt nicht. Aber wir reden jetzt sowieso zuerst mit dem Typen hier. Ja, blablabla. Ich habe 1.603 Punkte. So, jetzt habe ich genug Punkte, um Dorymon-Scan-Daten zu bekommen. Okay. Klasse. Wir haben jetzt Dorymon-Scan-Daten bekommen. Also die Scan-Daten von einem Dorymon. Bei 1.200 Punkten bekommen wir eine Eisrobe. Ähm, ja. Ich habe 1.602, also. Wollen wir uns die, äh, Eisrobe auch gleich nochmal. Okay. Wenn es bei 1.600 was gibt, lache ich. Ehrlich. Also. Ähm, ja. Danke, blablabla. Wenn eine Team-Up dabei. 2.300. Okay, bekomme ich was Neues. Also erst bei 2.300 eine heilige Glocke. Ja, okay. Nein, ich wollte nicht mit dem sprechen. Äh. Ja. Er zeigt uns nochmal, dass wir, äh, was bekommen, wenn wir 2.300 Punkte haben. Boah. Eine heilige Glocke. Versuch dein Bestes, um dieses Ziel zu erreichen. Ja. Was labert dich hier? Äh, what time is wireless me? Once you try, you'll get hooked. Nein. Oh, was ist denn los, ey? Mein Gott. Das nervt. Das spreche ich jeden zweimal an. So, äh, das ist, das Help für, blablabla. Als Digi-Digamon-Matching, okay. What is Digamon? Typs of Digamon. Äh, where does the Digi-Eck go? How do I hatch a Digi-Eck? Hedge-Conditioning Digi-Eck-Size? What's a Digi-Eck-Shell? Ja, frag mir einfach mal, was es ist. Digimon-Matching pairs one of your Digi-Eck with a friend's Digi-Eck to make a Digi-Eck. Digi-Eck-Digi-Eck are born from Digi-Ecks. Hm. In order to hatch a Digi-Eck, its hatching requirements need to match Digi-Eck-Generate-Mans by placing your Digi-Farm. Okay. Ähm, ja, wie es aussieht, brauche ich dazu, leider, jemanden, mit dem ich zum Beispiel jetzt, äh, was machen könnte. Aber, äh, ähm, ja. Hm, hm. Das Problem ist ja, man kann schlecht mit mir jetzt irgendwie, äh, Digimon aufeinander paaren oder so. Weil ich das ja auf Emulator spiele und der online nicht geht, denke ich mal. Digimon-Matching. Digimon-Matching. DS-Wires-Communication, Nintendo-WiFi-Connection. Blablabla, wahrscheinlich geht das nicht. Ja, aber wir speichern hier einfach mal, hahahaha. Ja, Savings, 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 Saved. Connect, du, Nintendo-WiFi-Connection. Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt die Nachricht, dass es fehlgeschlagen ist. Hm. Darauf kann ich wetten. Und, ja. Wenn bis dahin das Video zu Ende geht, beziehungsweise die 15 Minuten macht das auch nichts. Habe ich das halt schon mal gezeigt. Yay. Juhu, also, ich habe jetzt aber nicht vor, die ganze Zeit nur so ein Bild zu sehen. Also, da könnte ich auch was anderes zeigen. Weißt du was? Bis das zu Ende ist, bis ich wieder ein Bild habe, äh, mache ich einen Cut. Ja, Leute, willkommen zurück. Ja, ähm, also, ich kann keine Digi-Eier machen. Ja, und wir haben jetzt einen Report bekommen, blablabla. Ich musste dazu jetzt, halt, Wi-Fi-Connection benutzen, oder, ja, über, ähm, Dings. Dieses, halt, wer einen DS hat, weiß, glaube ich, was ich meine. Also, auch kabellos geht es. Aber, es ist Emulator. Nicht schon gesagt. Also, ich war mir auch sicher, dass es nicht geht. Und, ich mache dann einfach hier mal weiter. Äh, ich hasse dieses Name-Drecks-Ding. Ich habe von Tokomon eine Aufgabe. Hä? Daran kann ich mich nicht erinnern. Okay. Gehen wir auch mal weiter. Gut, 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 schlecht. Oh, Poyomon, du bist mies. Ähm, sieben Tage und sechs Tage, okay. Und wir haben 3.710 Kilogramm was zu essen. Wir bekommen pro Tag 350 Kilogramm. Es werden 70 Kilogramm davon verschlungen. Ja. Hm, hm, hm. Das heißt, wir haben eigentlich eine ganz schöne Menge. Aber das wird sich sowieso noch schön groß anhäufen. Ähm, sag ich, kann ich jetzt schon sagen. Hm, ich habe eine Aufgabe. Okay. Was für eine Aufgabe ist denn das? Das weiß ich gar nicht mehr. Hm, hm, hm. Schau ich mal einfach nach. Äh, nein, nein. Ach, genau. Ich muss einen Dieb fangen. Oh. Verdammt. Okay. Gut zu wissen, dass ich einen Dieb fangen muss. Aber um den kümmern wir uns, glaube ich, in der, im, ja, nicht in der nächsten Folge. Im nächsten Part. Ja, okay. Also, hm, ja. Wir kümmern uns um diesen Dieb in dem nächsten Part von Let's Play Digmon World DS. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020